Es ist Krag-Zeit. Ich meine Super-Krag-Zeit. Okay, wir können ihn ganz normal hauen, wir können ihn aber auch zurückrammen. Kann ich ihn unterbrechen? Das ist die Frage. Okay, dann benutze ich das Ding, um mich auch zurückzuschossen. Kann ich jetzt noch laufen? Nein. Ich wähle dich! Oh, okay. Oh, oh. Ach, frag ich hab verpasst. Das Ding zu drücken. Ja, die gestrachten, die verlassen sie im Bereich, um nicht getroffen zu werden. Ja, ich war. Uns geht's gar nicht gut. Ich würde uns mal... Ich könnte probieren, den Dicken auszuschalten. Wir spielen lustig aus. Nice. The Cain, ein schöner Abend. Ja, wir spielen was richtig Feines. Oh, oh. Mega-Fist, punch the road. Man, ich kippte ihm sechs große Arten! Oh, oh. Armageddon-Blatt, Artefakt. Oh, das ist ja schön. Okay, das war ziemlich schlecht. Wir machen eine gute Team! Ja. Oh, gut, das war süß! Warte, bis es auf die Internet kommt, wie ein Kuh und Freund haben die vier und sechsten Gründer gewinnt. Das ist toll für unsere Franchise. Das ist für dich, aber auch für dich, neue Kind, weil jetzt die sechsten Gründer kommen wird nach dir. Du wahrscheinlich sollten das haben. Das ist ziemlich dumm. Okay, jetzt geh und holen wir unsere Franchise! Noch Bolls? Das war echt nicht klug. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich da runter gehen. Da ist ein Chaos, Minion. Wo ist Google Maps? Da ist Google Maps. Schnell Resort. Ah, da. Ach, komm. Oh. Verflucht. Ich bin jetzt einmal... Aber, 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 ich möchte keine Schwäche haben. Fastpacks. Congratulations, new kid. Your fast travel system is fully oper... Operate... Good to go. Find more stations to expand your network. And when you get into trouble, Fastpass will be there. Bye. Blitzfree. Confirm? Nee? Okay. Okay. Need to get somewhere... Ah, der ist echt schnell unterwegs. Ah, to be your age again, kid. I really peak too early. Okay, sure. Boy, won't Wendy be surprised. Ah, das ist die Mutter von Wendy, oder wie? Dann können wir einfach ein stinknormales Foto machen. Ja, cool. Was arbeitet die hier? Okay, mit dir, wenn ich jetzt zurück nach Arbeit gehe? Wunderbar. Was ist das? Was ist das? Bitte lass es ein Schlammbad sein. Was ist das? Ah! Ein Yowie noch. Was nennt das für Babys da oben? What the fuck ist das für ein gestörter Laden hier? Warum ist das gesperrt? Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Was haben wir da hinten? Einen Terroristen, oder ist das einer von Professor Chaos-Leuten? Da ist der Hoff wieder. Hoff, 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 Hoff. Können wir Freunde sein und setzten machen? Können wir Freunde sein und setzten machen? Können wir dich in ein paar neue Items, Superhero? Schall, Spekalisator. Ah. Okay. Ich geh mal in meine Tasche und hör mir was zu trinken. Dann mach ich hier den Terroristen fertig. Bam! Frisse! Besiege die Chaos-Leuten. Okay, es sind tatsächlich Chaos-Leuten. Oh, ich kann... Warte mal. Was? Nee. Oh. Du bist kein Spiel für meine Armee, Kuhn-Friend. Darin komm ich denn. So. Ah! Okay, was können wir denn gleich machen? Äh, da stehen zwei in einer Reihe. Das heißt, ich dürfte sie ganz gut weglasern können. Und dann... Machen wir das. Okay, das ist so okay. Was haben wir denn hier? Oh, unsichtbarkeit. Oh Gott. Ich hoffe aber, dass es nicht zu oft passiert, tatsächlich. Oh, ich werde jetzt geboxt. Hm, der Super Craig wird jetzt einfach das hier machen. Ach nee, das geht mir, weil Jimmy da steht. Oh, wenn er da rangeht, fängt er sich nicht auf. Aber nicht. Oder? Nee. Ich kann ihn halt so nicht treffen. Das finde ich ziemlich dumm. Honest. Letztendlich? Mach ich lieber nochmal den hier. Ähm... Also das, was sich absolut geändert hat, ist das Kampfsystem. Das war vorher rundenbasiert und nicht so rasterrasiert. Okay. Und dann gehe ich hier hin. Mache das. Dann müsste ich ja alle treffen. Theoretisch. Oder auch nicht. What? Er hat eine Selbstmord-Sinnung dran. Ich will mein Gegenstand wieder beleben. Okay. Ich möchte aber das nicht benutzen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin mir sicher, dass wir das auch so gewinnen können. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Ähm... Was? Ist wieder aufgestanden? Nee. Das finde ich halt, dass man nur... Also, dass man nicht so angreifen kann. Was soll das? Na gut. Ich habe es mit diesem Schiff gehabt. Ja! Jetzt benutze das mit deinem Kopf! Du siehst nicht so heiß, neuer Kind. Ja, ich werde ihn jetzt erledigen. Weil der sieht echt noch gesund aus. Ah, das ist nicht gut. Dann stoße ich ihn zurück. Oh, ich brenne, ja. Ach, fuck. Aber, das Gute ist, er ist jetzt zurückgedrängt. Ich weiß nicht, wo die Verlangsamung herkommt. Okay, links, back. Das sieht doch gut aus. Okay. Und hier habe ich immer gedacht, ich habe vorhin geholfen. Happy to change your mind, Super Craig. Who says I change my mind? Oh. Stimmt. Ich vergaß. Warum? Warum? Achso. Weil wir gewonnen haben. Zayun, ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir sehen uns die Tage hier. Äh, so. Also, es hat sich halt vor allen Dingen, gut, das Setting ist anders. Es ist jetzt nicht mehr Mittelalter, sondern Superhelden-Setting und halt das Kampfsystem. Aber ansonsten ist es zum Großteil gleich geblieben, wobei es, ach ne, da war ich schon drin. Wobei es halt jetzt auch ein Crafting-System zusätzlich gibt. Warum? Ihr preciestes globales Finanzsystem ist in Flames. Mh, ha, 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 ha. Hm. Hm? Dann wollen wir ein Selfie machen? Wir alle arbeiten zusammen, wir können das Tag-Drink machen cool. Better check out our new stuff, bevor es von den alten Sachen wird. Hm. Äh, SR4, ich muss mal schauen. Akkorde, da habe ich noch ein bisschen Bock. Hallo, da. Drei Viertelstunde auf jeden Fall. Wow. Okay. Komischer Typ. Neue, gebrauchte Unter... Bah. Hey, du weißt, du wirst hier nicht arbeiten, richtig? Ja. Kann ich da jetzt rüberschauen? Hey, du weißt, du wirst hier nicht arbeiten, richtig? Hm. Nee. Was können wir denn hiermit machen? Da oben? Irgendwie sehe ich hier gerade nichts, was ich machen könnte. Nee, ich habe halt gerade keine Schokolade. Willkommen bei Freemans Tacos. Wenn es irgendwas gibt, was ich dich interessieren kann, dann lass ich mir einfach wissen. Willkommen bei Freemans Tacos. Warum? Warum? Äh. Mr. Freeman? Morgan Freeman ist nicht vorbereitet, wenn ich mit dir ein Selfie machen würde, würde ich bestimmt beliebt sein. Freeman's Tacos ist komplett Kraft-Your-Own. Oh, jetzt habe ich gekauft. Oh, jetzt habe ich gekauft. Tacos. Ich habe mich über die Spiele gemacht. Die Spiele. The burrito. A warm tortilla wrapped around, well, any old something. Here, I'll give you what you need to get started. This here shows how much food you need to fill up that tortilla. Now to just put it all together.